Jetzt aber der Pass auf Frey und er trifft schon wieder. Alex Frey. Schöne Vorlage auf Frey. Und Tor. Alex Frey. 1 zu 0. Neunte Spielminute. Alex Frey in seinem ersten Länderspiel. Das ist ein bisschen verschwunden von der Oberfläche. Jetzt aber der Pass auf Frey. Und er trifft schon wieder. Alex Frey 2 zu 0. Frey, Doppeltor schiebt es. 32. Minute. In den Kanten. Frey. Guter Trif. Schöne Parade. Und dann aus 5 zu 0. Der dritte Treffer von Alex Frey in seinem zweiten Länderspiel. In der 90. In der 90. Minute. Das nennt man einen gelungenen Einstand. Das nennt man einen Scorer. Schöne Parade mit einem Zuckerkässchen auf Schapuzer. Schapuzer. Der sieht Jackin. Der sieht. Im Rücken. Alex Frey 2 zu 0. 16. Minute. Ein Stadion und seine Protagonisten in Rot-Weiß in Ekstase. Noch einmal der Superpass auf Schapuzer. Und dann blinde Verständigung. Schapuzer, Jackin und Frey haut das Adrenalin seines Chefs in luftige Höhen. Unmarkiert und Schapuzer. Und Frey. Jawohl. 2 zu 0. Hey, super. Yes. Das schaufe. Alex Frey. Qualitor Nummer 5. Jawohl. Acht Jahre sind genug. Aber Vorsicht. Noch ist der Käse nicht gegessen. Aber die Schweiz ist auf gutem Weg. Auf sehr gutem Weg. Schapuzer. Sensationell wie er hochstieg. Die Vorarbeit von Vicky. Hier. Gut das Timing. Und Given konnte nur abklatschen lassen. Und das ist eben ein Goalgetter. Alex Frey zur Schnelle. 2 zu 0. Und hoffentlich versenkt er den Finale. Jetzt werden die Weichen gestellt. In diesen Sekunden hoffentlich in die richtige Richtung. Frei gegen Vulkan. Tor. 1 zu 0 für die Schweizer in der zweiten Minute. Und die Türken brauchen jetzt schon vier Tore, um die Schweizer noch weg zu befördern. Aber der Schiedsrichter geht nicht auf den winkenden Schiedsrichterassistenten ein und gibt das Tor. Ja, ich glaube tatsächlich der Ball kam vom Gegner. Und damit war es kein Aufschlag. Das müssen wir noch einmal sehen. Frei feiert und das Tor zählt. Und die Koreaner sind verzweifelt. 16. Minute rum. Ludwig Magna mit einem Energieanfall. Unter guten Flanke auf Bametta. Frei. Tor. Alles frei war voll richtig gestanden und brachte die Schweiz in Führung rot-weißen Gemüriung. Dank dem tollen Zusammenhang mit dem Trio Magna, Betta und Frau. Tipp. Try and hold on. Hey. Now you're gonna live through the rain. Lord, you gotta keep the fame. Though you lay your love turn the hate. What? Now you gotta keep the fame. Kücher, doppelt Pass mit Strella. Try and hold on. Try and hold on. Gabbana. Wieder Strella. Three. Was für eine Kombination! 40. Minute.